du hast ein Buch geholt hier ist er kommt es nur ich noch gut wohl war mehr als man sich übel das brauchen wir sowieso in der Nähe er soll scheiße für die Gäste dort um die Hürden um war ich danke noch meine die Ursache du bist dran ich bin dran du hast das Leben und ich bin dran das ist auch kacke dass man für das Speichern bezahlen muss ja das war knapp halt den Mund das war gut ja und jetzt guck mal nach rechts oder so da muss bestimmt irgendwas sein ach so das habe ich gar nicht gesehen aber das ist eigentlich so ein Level gehen eigentlich diesen entsprechend da ist um Besiegbarkeit ne aber da kommen wir hin aber da kommen wir hin oh stirb ey oh der überlebt das ja jawohl ich wollte hier es geht es geht oder ne komm mal nicht zurück ey ja ich kann ja auch nur mal sicher gehen hier ne ne natürlich das ist auch notwendig ich finde die Musik in dem Level cool woran macht so der Vogel nach oben scheiße ey warum hast du die nicht weggeschossen hm ich hatte Angst ok geh mal nochmal nach rechts gleich wenn du mich hast weil ich glaub da oben hab ich was gesehen oder ne doch nicht das ist oh mein Gott oh mein Gott aha warum machen die die Sprünge so behindert so ultra knapp ja 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 ich hoffe diesmal kriegt er sich besser also im Grunde bist du jetzt der Vogel oder? ja ich bin jetzt der Vogel dann müsstest du mit dem Affen doch unten an den Stachel ran gehen nee glaub ich auch nicht schieß den lieber ab ey es ist übelst scheiße das so äh ja wie man gesehen hat die untere Biene ist tight was ist die? tight ist die tight ja die ist tight yes du hast nur seinen Angriff du hast nur seinen Angriff scheiße ey das war übelst dämlich hm wohin muss ich denn? ja keine Ahnung ja einfach runter das ist übelst große Fläche und so ne ma mal ja noch Nein, nur das Netteste. Oh Gott. Ja. Oh. Das ist gemein, ey. Gut gemacht. Kennen Sie das wirklich schon, ne? Nein! Äh, schief gehalten. Den, den hier. Wir hatten nicht mal die Hälfte. Oh Mann, ey. Hoffentlich ist das Spiel nicht mehr so lang. Ja, scheißig, ne? Ja, ist egal. Wie du das wieder... Da komme ich nicht durch. Das geht gar nicht. Ja, ich glaube auch nicht. Das ist nicht machbar mit dir, die. Am besten mache ich immer den Anfang, damit wir hier mit zwei leben. Am besten machst du alles. Jetzt kannst du ja unten rein. Und dann holst du dir dann den Bonus und so. Achso. Na gut, scheiße, Bonus, ne? Wir können das ja irgendwann mal off-screen machen. Dieses Spiel werde ich nie wieder nach diesem Let's Play spielen. Das ist schlimmer als Kaizo Mario, ey. Oh, das ist einfach nur Frustration. Pur. Ich weiß nicht, warum ist das plötzlich so schwer? Ich meine... Ja, eben. Der erste Teil war voll wie die... Ja, ey. Wenn der mich killt, dann kannst du mich ja nochmal holen. Der killt dich nicht, ey. Jetzt durch. Wenn man in eine Richtung drückt, die man will, dann wird man schneller, ne? Ach ja, hier einfach nach unten, ne? So, guck mal. Hast du ja gesehen? Also nach oben mache ich das, aber nach unten habe ich jetzt eigentlich... Nach unten geht das auch. Ich muss jetzt nach links. Wobei, rechts könnte irgendwas sein, ne? Ja, scheiße. Die Hälfte zum Beispiel. Nee, das würden die nicht verstecken. Das wäre voll arschig. Das ist mein neues Kindwort. Arschig? Arschig, ja. Das ist das Wort des Jahres 2010. Das hat Fleisch erfunden. Nein. Was auch, dass du gerade lenkst. Das ist nicht einfach an der Stelle. Ich weiß, da habe ich gesehen. Soll ich die holen? Das sind zwei Stück. Ja, komm. Du bist zu gierig. Dann können wir speichern nach dem Level. Ja. Jetzt gibt es bestimmt auch die Hälfte. Oh Gott, wundervoll. Das ist wundervoll. Ach so, das ist eine Illiane. Ja. Die sieht man echt schlecht, oder? Die kommen runter, ne? Ja, das kann sie sehen. Ach so. Aber gut auch, das hätte geklappt, glaube ich. Hat er da was dagegen? Nein, du musst da unten die Illiane. Die querhängt. Alter, ey. Okay, also sowas muss man dann schon sehen. Oh, scheiße. Das war sauknapp, ey. Ja, man sieht doch überhaupt nicht. Eine geile Kameraführung. Eine geile Kameraführung. Das ist richtig krass. Na, wir haben die Hälfte. Ich esse jetzt eine Weintraube. Oder was sind das für Dinge? Ja. Rote Meintraube. Warum sind die rot? Was ist da los? Hol mich bitte. Ja, mach ich auch. Da. Da. Ich weiß gar nicht. Oh, das war sauknapp, ey. Ich musste hier nachher nochmal eine Wiederholung kümmern. Da, er hat einen kleinen Intervall, ne? Dach nach drei Schiffen. Okay, wie du meinst. Hm. Die Dinger sind immer warte hier. Also ist die Käm natürlich besser. Oh, du bist jetzt zündig. Ja, ich warte jetzt mal. Shit. Fail, leckes fail. Kann nicht. Was soll ich jetzt? Rüberspringen. Alter, das kommt. Komm, ne Schasse. Oh, Gott. Pass auf den Kaker, die sind übelst. Die können gemein werden. Und überhaupt. Du kannst sie mit drehen auch killen. Ich kann sie aber auch so killen. Du kannst auch sich hier... Schmeiß' ihn weg, ey. Ne. Darf ich jetzt? Oh, Mann, ey. Boah. Alter. Das ist so übertrieben knapp. Das ist wirklich nicht schön, ey. Die ist unsterblich. Ja. Ja. Flex. Hol das End. Nö. Kannst du nicht. Boah. Oh Gott. Ja, 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 ja. Ja. Ja, ja. Das ist auch unsterblich. Die sind alle unsterblich. Die kriege ich. Jahrelanges Counter-Strike-Training, ne? Ja, natürlich. Weil ich Counter-Strike nie spiele. Ich auch nicht. Unseren unzähligen Counter-Strike. Einreiten jetzt. Ja, du gehörst mit dem Kreisverkehr, das kennt man. Das kennt man. Vorfahrt gewähren und dann schön einordnen. Schlecht ihr alle seid. Geht weg. Die Lücke nutze ich. Achso, da kommen unendlich. Kann das sein? Unendlich unten ganz viele, ne? Oh, wieso? Ich dachte, der geht weiter runter. Ja, du gehörst mit dem Kreisverkehr. 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 Vielen Dank.